Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Soundgaming und heute spielen wir mal wieder wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Oblox Titan. Und heute spielen wir ein Spiel, das heißt GTA San Andreas. Also soll zumindest so sein. Ihr seht hier auch Mafia, Wäldchen, Balas und so wird alles. Ja, wir holen uns den ersten Dropper und der macht uns jetzt hier anscheinend 3,5 die Sekunde, also Dollar die Sekunde. Und hier holen wir das dann ab und dann holen wir uns den zweiten Dropper. Denn ich mache das nämlich mal so. Ah, ich darf nicht drehen, okay. Freispiele alle 30 Minuten. Das heißt, jede 30 Minuten darf ich hier kostenlos drehen. Statistiken, Gesamtspitze 3 Minuten, Bargeld ausgeben. Aha, aha, aha. Gut. Wir kommen jetzt hier. War noch die Goale. So. Zweiter Dropper. Der macht 5 die Sekunde. Geil. Gibt jetzt hier irgendwo noch einen Dropper, bitte. Please. Entsperren. Ah, ne, 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 ne. Warbox ausgeben habe ich nicht so Bock drauf. Gut, dann kaufen wir uns hier mal einen Pfad. Körperschutz 3.000 Kisten. 50. Dritter Dropper. Hier. Da spare ich drauf. Weil das ist immer gut, wenn man, ähm, auf Dropper spart. Weil dann hat man nämlich am Ende mehr Geld und kann hier die ganzen Dinge kaufen. Können auch mal hier in den Raten, Raten, Dingsbums gehen. Ich weiß nicht, wie das auch in den Scheiß. Ja. Äh, ich sehe, ich sehe hier auch einzigartige Waffen. Ich sehe da nämlich gar nichts. Können die nicht öffnen. Für 3.000 kann man die sich kaufen, oder was? Ah, ne, für 3.000 kann man da so Waffendinger kaufen. Okay. Veranstaltungen. Hallo, Soldat. Ich gebe dir Willenung für das Töten von Spielern. Aha, das heißt, man muss andere Spieler hier töten. Okay. 260. Ah, jetzt gibt es hier schon gar keine, ne? Na gut. Dann halt nicht. Dann kaufe ich mir jetzt erstmal die Kisten hier. So. Ne Wand. Messer. Ja, ich kaufe mir jetzt erstmal die Wände hier. Die sind eher so wichtig. 7,5. 3,5 von 5. So. Genau, jetzt kann ich nämlich den vierten Dörber kaufen. Das mache ich auch. Für 550. Die hier schreiben irgendwelche auf Russisch. Alles klar. Ich habe absolut keine Ahnung, was die da labern, aber okay. Können wir jetzt mal am Rad drehen hier. 4 Minuten bin ich erst. Ich will doch nur am Rad drehen. Einstellungen. Sieg aus. Ach, ich habe übrigens gar kein Game-Zone von mir. Schade. Sollte ich mal tun, oder? Das liegt nämlich daran, dass ich ein Video aufgenommen habe, wo halt diese komische Musilfrauen, die ich nicht ausmachen konnte, deswegen. So. Jetzt haben wir auch noch den. Wollen wir jetzt erstmal... Ja, wir können auch erstmal das hier kaufen. Fenster werden auch mal geil. Hier so ein Fenster. Zack. Ich bin mir noch ein bisschen müde, tatsächlich. Da oben ein Fenster. Tür. Für 520. Wer kauft sich denn eine Tür für 520? Ich kaufe mir jetzt erstmal diese Wand und dann diese Wand. Ja. Warum stehen die Dropper eigentlich da und da? Die können doch einfach hier stehen. Oder nicht. Egal. So. Für 435 gibt es die andere Wand. Okay. So. Sparen wir nochmal eben auf 435. Denn dann... Äh, warum gibt es denn hier zwei Wände? Äh, 480, glaube ich, ist das. Auf 480 sparen wir mal kurz. Ich hoffe, das ist jetzt richtig, Bruder. Wenn nicht, dann weil nicht. So. Ja, ist richtig, perfekt. Weil das ist wahrscheinlich nämlich für eine andere Wand. Gut. Kaufen wir uns jetzt einmal das Fenster da noch. Und dann die Tür. Und dann... Ähm... Weiß nicht. Körperschutz. Ich weiß nicht genau. Das soll wahrscheinlich so ein, äh... Rettungsdingsbum sein. Äh, genau. Das Fenster hier. Und dann die Wand. Ah, nee. Und dann die Tür. Was soll das hier sein? Hm. Egal. Komm schon. Gib mir die... Gib mir die 500... Die 520. Let's go. Give me the 520... Dollars. So. Kein. Ah, jetzt kommt ja auch keiner mehr rein. Perfekt. Ist doch... Ist doch ein. So. Kaufen wir uns jetzt hier erstmal die Wand. Weil das hier kaufe ich mir nicht. Das kostet ja 3K. Dies habe ich noch nicht mal. Einmal Wiedergeburt. Ah, man kann auch wieder hier... Hier Wiedergeburt. Ah, hier. Du brauchst 50k Wahlgeldung, um wieder Geburt zu machen. Du hältst 100 Edelsteine. Wofür braucht man die? Ein Dach für 650. Okay. Für 650 ein Dach. So, da bin ich wieder. Äh, ich habe jetzt ein bisschen lang gewartet. Tatsächlich. So, wir kaufen uns nämlich einmal das hier. Und einmal ein Messer. Den rüsten wir auch direkt aus. So. Und Beleuchtung. Das darf natürlich auch nicht fehlen. Und da kommt dann nämlich eine Treppe, die nach oben führt. Und, ähm, wie teuer ist die? 750, ne? So. Hier ist auch so ein Pfad, den man sich kaufen muss. Den kaufe ich mir aber jetzt nicht. Ich will nämlich erst mal alles hier drinnen fertig machen, tatsächlich. Äh. Ich glaube, das soll nicht so sein, ne? Ich glaube, das soll tatsächlich so sein. Jetzt wird das als, äh... Jetzt wird das, glaube ich, als tot gezählt, ja. Egal, ich bin nicht gestorben. Ich glaube sogar auf Kamera, dass ich nicht gestorben bin. Okay, so. Ein Pfad. Wow. Achter Dropper. Ah, den kann man sich dann für diese Wiedergeburt holen. Gut, dann sparen wir jetzt nämlich auch den fünften Dropper, weil dann wird's, äh, noch geiler. So, ich bin wieder da. Ich bin wieder weg. Ich hab 5000 auf der Cache. Auf der Cache, meine ich nicht, auf der Cache. Ähm, und wir kaufen jetzt den fünften Dropper. So. Leider gibt's keinen dritten. Äh, sechsten. Da sind wir ein bisschen schade. Nein, ich kaufe mir erst die Wände. Boah, ne, die Küsten will ich jetzt tatsächlich gar nicht kaufen. Sechster Dropper. So. Jetzt hab ich nämlich zwei weitere Dropper gekroovt, um die anderen zu, ähm, holen. So. Äh, zu kaufen, meine ich. Nicht zu holen. So. Kommen wir nochmal hier, diese Wand. Und diese Wand auch. Bam. Okay, dann kommen wir in die Kiste noch und diese Wand. So. Kaufen wir diese Wand auch noch einmal. Bam. Okay. Jetzt fehlt uns nur noch das hier, 680, und diese beiden. 750 für noch eine Wand, höchst. Okay. Okay. Sehr interessant, aber wir kaufen die. Ah, das ist dann der Ausgang praktisch. Gut. Gut. Das heißt, jetzt wird eigentlich, oh, wir können wieder einen siebten Dropper kaufen. Das mache ich auch für 2.200. Definitiv. So, da bin ich wieder und ich habe jetzt einmal so, was weiß ich, wie lange gewartet, um einfach, ja, ein bisschen Geld hier zu haben. Ihr seht's schon. So, das Geld wird eh schnell wieder weg sein. So, das Geld wird eh schnell wieder weg sein. Allein durch den siebten Dropper hier. So, wir kaufen noch mal Kisten und Säulen. So. Kaufen wir auch noch mal ein Dach. Beleuchtung. Das hier und das hier. Jetzt ist das Geld auch wieder weg. Sag. 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 Okay. Ich glaube, soweit sind wir hier oben fertig. Ich glaube, hier kann man nix mehr kaufen. Und hier unten kann man jetzt nur noch das für 3.000 kaufen. Und das mache ich jetzt einmal. Sag. So. Fertig. Das können wir hier draußen weitermachen. Denn natürlich gibt's hier draußen auch wieder Dinge. So. Kaufen wir erstmal kurz die Sport komplett. Das Dinger hier. Kaktus. Okay. Aber Leute, ich würde sagen, das war's erst mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sando. Ciao. Ciao.